Aus Bayern in allen Sätteln rechts. Im großen Rahmen steht im Punkt auch hier einer der Neueinsteiger, der Kommentar vom Zuchtleiter, Lars Germann. Ja, fünf Jahre ist er alt, Sir Isi, ein bedeutendes Stockmaß von 1,76, war seinerzeit als Zweijähriger schon zugelassen zur Hauptkörung, verletzte sich dann unglücklich und wechselte dann aus der Aufzucht des Gestüttes Tastorf nach München zu Reinhard Nagel und eben auch hier in die Obhut und die Ausbildung von Uwe Schwanz. Schon erfolgreich gestartet in Reitpferdeprüfung, hat dann 70-Tage-Test absolviert, ein Hengst der Größe, Rahmen, Langbeinigkeit, Schönheit und Ausstrahlung, bestens miteinander verbindet. Darüber hinaus hohe Richtigkeitswerte und eben auch heute Morgen auf der Chörveranstaltung sehr beeindruckend hier unter dem Sattel von Uwe Schwanz. Ja, und das ist diese große Galoppade, die trotzdem schnell genug von hinten gebracht ist, wie wir sie von Easy Game kennen. Der zweite gekürte Sohn des Easy Game nach Millennium, hier maximaler Schwingungsgrad, Hengst, der sicherlich auf geeignet ist, wie auch sein Erzeuger, auch ein bisschen mehr Rahmen und Bedeutung und Größe in die Population zu bekommen.